Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des kleinen Formats. Ja, wem gehört dieser Videotitel? Mit dabei habe ich natürlich wieder den Sweeaky und ich würde sagen, ja, fangen wir doch einfach mal an. Okay, meine erste Frage ist, zwei starke Kandidaten. Das bist du. Verdammt. Okay, warte, ich muss Punkte listig schreiben, damit wieder eine. Ein Punkt für dich, okay, okay, okay. Du bist dran. Mein erster Lego Stop Motion Film. Ähm, wie viele Aufrufe? 148.040. Ähm, über 500k? Ja, ja, safe. Ja, was heißt ja safe, das musst du mir genau sagen. Ja, hat er. Hat er, hat er, hat er. Weiß man, wie der ausschaut? Ja. Ähm, eine Million Abos? Ja. Herr Bergmann. Pick dich. Ich wusste es, aber ich wollte dich auf eine falsche Fährte. Er hat die Millionen gerade noch so geknackt gehabt. Was heißt gerade noch so? Der Herr Bergmann hat schon seit drei, vier Monaten eine Million Abos. Mit einer Million und 93.000. Ja, aber der hat schon länger eine Million Abos. Äh, sorry, sorry, beruhig dich. Ja, ich kenne Herr Bergmann vom Tennis. So, in unserem Edel-Tennis-Club, da wo wir auch Golf spielen und so, ne? Dreimal im Hundert. Herr Bergmann, morgen wieder Sauna, weiß Bescheid. Okay. Mein zweites ist, das weit neueste wird in die Wurst. Ja, das ist auch eine höhere Anspielung auf Tubo, das weiß ich. Nein. Kenn ich den? Wenn nicht, bin ich sehr enttäuscht von dir. Hat er dir schon mal gezeigt? Ja. Warte, wir machen wieder zwei Abonnenten-Fragen, ne? Ja, ja, ja. Okay. Hat er über 500k? Nein. Was? Nein. Fits war nicht mehr viel, aber nein. Mr. Moore? Mr. Moore, nein. Ähm, boah, scheiße. Du kannst ja noch ein bisschen fragen, also. Ja, ja, ich meine, macht der Minecraft? Schon ganz lange nicht mehr. Was? Das hilft dir jetzt nichts, oder? Null. Hat das schon mal Overwatch gemacht? Ähm. Vielleicht habe ich schon mal drüber geredet, aber noch kein Gameplay oder so gemacht. Boah, das ist echt schwer, ey. Ja, wenn du die richtigen Fragen stellst, dann nicht. Ja, ach, komm, jetzt nutze. Dann streng ihn mal an hier. Ja, ja, ey, ich bin noch nicht der ganze Flow drin, okay? Ich bin noch nicht der ganze Flow drin. Du warst noch nie im Flow. Das stimmt. Das ist eine Tubo-Frage, der Karl. Ja, ja, ja. Er hat's schon mal in Minecraft gebracht. Ja. Er hat dich schon mal gezeigt. Ja. Ist er männlich? Ja. Okay. Oh mein Gott. Können ein Garn. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat ja Minecraft doch geholfen jetzt am Schluss, oder? Ja. Also das erraten. Scribber.io, Wolf Talbot und Zorri. Willst du mich verarschen? Das von mir. Scheiße. Was hab ich gesagt? Komm. Ich hab schon nur die Hälfte verstanden. Das erraten. Wer soll das erraten, heißt das Video. Ja, hab ich ja gesagt. Ja, ich hab nur die Hälfte verstanden wegen TS. Alter, ohne Scheiße, ne? Wenn ich meinen Kopf heute Morgen rausgesucht hab, war das viel schlauer. Ich hab dann so, boah, warum kommt der nicht wegen dieses Weh, den Uff, der wird auf die kommen und so ne Boom. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich von meinen Videos, dass ich dann niemals drauf einfallen werde. Und jetzt pass auf, nächste Folge, weil ich da... Okay, okay. Bitte angucken und dann wird alles toll. Ja. Ich hab sogar falsch vorgelesen, aber es ist unbegebe. Das heißt nämlich, bitte angucken und dann alles toll. Mann, ich hab mir das auch so cool vorgestellt. Ich muss aufpassen. Minecraft Mario Party. Facecam? Äh, ja. Ja? Äh, über eine Million? Nein. Nein? Erst auf, nicht? Nein. Schade, ich wäre nämlich auf Paluten gewesen. Okay, okay, okay. Ähm. Über 200. Über 200.000? Nee, 200. Ja. Ja, dann bist du es. Nein! Mann! Das war so ne ganz, ganz alte Folge. Das war, das war... Boah, über nem Jahr. Ich würde dann fünf Aufrufe. Was? Alles klar, alles klar. Okay, okay, okay. Scheiße. Aber die Facecam war nicht schlecht, die Facecam war nicht schlecht. Ja. Damit hast du mich ganz kurz gehabt. Damit hast du mich ganz kurz gehabt. Wer, wer, wer macht Minecraft Mario Party? Ah, Mann, Alter. Das ist zu schön gewesen. Zu schön machen. Okay, okay, okay. Pass auf. Die Antwort. FAQ. Leon? Du bist so'n Arsch. Ich hab bisher alles richtig, ne? Ich aber auch. Oh, das ist ja grad, du, Alter, Giganten. Du hast halt Glück. Okay. Die Weihnachtsbaum-Explosion. Äh, Facecam? Ja. Über ne Millionen Abos? Ja. Über fünf Millionen Abos? Nein. Dann ist es nicht Julian Blaine. Okay. Und Finish Beauty Palace auch nicht. Na, da haben wir uns recht. Ist es Gaming? Äh, der komplette Kanal? Ja, macht der auf seinem Kanal Gaming oder nicht? Ja, dann ja. Ja, okay. Was meinst du mit der komplette Kanal? Macht der was anderes auch noch? Ja. Was denn? Darf ich nicht sagen. Ja, wenn du auf die Art kommst, dann kannst du mir sagen. Nee, ich darf nur ja am Anfang beantworten. Ja, okay. Ähm, Vlogs und dann, oder? Ja. Ja. Okay, ähm, der macht Vlogs und Gaming und hat über eine Million. Also, er macht halt echt Vlogs. Ähm, hat der mal im Ufo gewohnt? Ja. Ja, macht der auf Fortnite? Ja. Hat der was mit Waffeln zu tun? Nein. Nein, dann ist es nicht Sturmwaffel. Cool, 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 cool. Es ist Sturmwaffel? Ja. Ja. Oh nein. Scheiße, Alter. Geil, Alter, geil, Alter. Oh, ey, ich bin so dumm, ne? Ich schreib mal grad deine Sachen auf, von deiner Folge. Ich muss los, Alter. Oh mein Gott. Ja, cool. Dann lad halt meine Folge auf. Ja. Okay, pass auf. Mein fünfter. Ich hasse das Meer. Punkt. Hast du das Meer? Punkt. Ein noch Platz? So ein... Ja. Halt, ich hab alle fünf richtig, ne? Ja. Okay, okay, für das Letzte sein. Wir müssen, wenn ich den auch richtig hab, müssen wir uns schnell noch einen Bonus überlegen. Okay. Okay. Abzapp auf Amazon. Gefälscher Merch von Paluten, German Let's Play und Julian Ban. Okay, okay, okay. Warte, den hab ich gelesen auf der Startseite, aber ich weiß es nicht mehr 100%. Facecam? Ja. Über drei Millionen. Es ist Paluten. Es ist Paluten. Ah, es ist echt schön, es bleibt noch was drin. Ja, es ist Paluten, ich hab's gewusst, aber ich wollte ein bisschen rausziehen. So, okay, was machen wir jetzt für den letzten Punkt? Wir suchen raus, du schnell einen raus. Gut, meine Bonusfrage ist Krieg mit Hüten. Krieg mit Hüten? Krieg mit Hüten. Facecam? Nein. Über 500.000? Warte, ähm, ja. Ich bin auf dem Kanal, genau. Du bist ein Arsch! Boom, Alter, ich bin eine Maschine! Ah, okay, 6 zu 5, dann hau mal raus. Dieser Junge versteht Instagram nicht. Ach, du schande. Facecam? Ja. Unter 500k? Wait a minute. Äh, ja. Ist das auch von Clangun? Ja. Okay. Ja, noch, noch eins. Weiter geht's. Alter, was ist denn heute los? Nee, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Den kennst du wahrscheinlich, den kennst du wahrscheinlich. Was ist in der Box? Was ist in der Box? Ja. Facecam? Ja. Über 500.000? Nein. Unter 1.000? Nein. Jetzt hab ich nämlich gedacht, dass du das wärst, aber... Unter 1.000 ist lustig, man nicht. Minecraft? Nein. Kriegt er auch viele andere Games? Ich hab nie gesagt, dass der Gaming macht. Macht er Gaming? Nein. Äh, wenn ich sag, macht er Minecraft? Hab ich gesagt, nein. Ach so, ich hab ja gehört. Nur, nur, nur in Livestreams. Nur in Livestreams? Das zockt er, ja. Ich hab jetzt was schweres nehmen müssen, weil sonst geht das Ganze ja nie zu Ende. Äh, äh, streamt er viel? Ich verfolge leider seine Livestreams nicht, aber ich weiß, dass er, äh, ab und zu... Haber Platze? Nein. Ich weiß nicht, ob du den verfolgst, aber von dem hast du definitiv schon was gehört. Er ist auch ab und zu immer mal wieder in den Trends drinnen, und ja. Bei der Alten gefragt hat er, äh, Millionen, ne? Der hat ein schlimmer Dialekt als ich, das kann ich das sagen. Was? Warte mal. Er hat ein schlimmer Dialekt als du. Aber gescheiterweise. Und das war jetzt schon ein Tipp. Hä? Ich glaub, ich kenn ihn gar nicht. Natürlich kennst du den. Sicher? Ja. Jetzt hau irgendwas raus und dann sag ich dir, wer es war. Ja, da hat man jetzt anders. Nee, der Heide. Ach du Scheiße. Den kennst du. Ja, ja, den kenn ich. Und das mit dem Dialekt, das war halt echt ein harter Tipp. Ja, ja. Aber komm, da kannst du mir jetzt nichts vorwerfen. Okay, ready? Ja. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w, eine Sache. Wenn ich dir das nicht erdacht, ist das unentschieden, okay? Okay. Ja. Beerdigung, Minecraft Kurzwind, Vergleich, Punkt, Reaction, in Klammern, Spoiler. WIT! Okay, 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 okay. Ich hau mir was ganz, was ganz was Hartes draus. Minecraft. Oha. Wollen wir die kurz überlegen? Ah, ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Ähm, Facecam? Nein. Nein. Ähm, über eine Million? Nein. Ähm, Steckspair? Ja. Ist es Stegi? Halt die Schnauze. Ja! Okay, okay, Alter, das war die längste Folge aller Zeiten, Junge. Aber ich hab halt, ohne Witz, ich hab immer noch nicht verloren, Junge. Was ist denn los hier? Alter. Ich dachte, okay, ja, jetzt ist es, jetzt ist es aber. Alter. Nö, du, halt die Schnauze. Hahaha. Okay, Leute, das war's wieder mit dieser kleinen Folge YouTuber-Videotitel erwarten. Ähm, ja, schaut doch auf jeden Fall mal beim Squeaky vorbei, da haben wir auch eine Folge aufgenommen. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020